hallo und willkommen zu einer weiteren folge von techit classic build your city heute mit dem flo und dem nick und ich glaube wir werden heute wieder meine terraforming folge machen das wird noch circa 20 folgen so weiter gehen wir brauchen sehr viel ich habe eine idee wir brauchen sehr viel cobblestone und erde oder sand ist egal irgendwie sowas was man nicht so unbedingt habe ich ihm versprochen dass ich ihm besorge weil ich glaube ich habe mich erinnert auch lang geht habe ich im schmerz habe ich auch auf dem weg ja habe ich gut was denn ein menschen echt ja hat er mir gestern gezählt ist riesig und auch perfekt und weeper zu fahren und zu killen ja und gut ein und ich bin schon bei der city kompilekt vorsichtig in hielten ein weg ach ja den zucker unten habe ich angepflanzt für munition für mich ich habe ja wir müssen wieder neues bett machen ich habe noch gar keines ich habe mir eins gemacht ja was wie kann ich aus dein holz kein holz machen was holz kein holz ich kann kein eichenholz mehr machen ich kann durch die erde sehen wenn aber ich sehe da wirklich die erde aber ich finde das so lustig das erste ich stehe beim nick das erste was er schreibt oha full albern ich habe schon eine full albern rüstung also ich bin mit der halben albern rüstung gestorben ich bin seitdem ich die rüstung habe noch gar nicht gestorben fällt mir auf ich bin mit der endermen grieft auf mein grundstück so kannst du die endermen wangen bitte das scheiße meine waffe wird gleich kaputt ich warte bis tage der spannende ich bin wahrscheinlich mal groß egal das weiß doch jedes kleine kind ich bin angeguckt aber ich habe keine sounds ach so ich müsste da rüber aber da ist ein creeper ich will nicht ich bin nicht zum herrn nachbarn gell ah geh weg ich brauche ich eine strafe wenn man stirbt nein warum fragt das jeder also kann ich jetzt 50 mal sterben ja ich bin auch schon dreimal gestorben das geht ja voll sich strafen bitte ja ich einmal und deswegen dominik deswegen bin ich bin und 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 ja ich habe auch uns gelöhnt ja jetzt besonders ich möchte jetzt ich möchte jetzt mal bitte mein Bettchen bauen dass ich machen kann ist der warum nicht hier irgendwo gewesen glaube ich habe war gut gefunden hey es wird tag ja es wird tag im dschungel bringt mir das ein scheiß dreck ich verhasse schieße mit einem schuss weg schieße mit einem schuss weg und ist euch da schon mal aufgefallen dass stefan in der ersten folge dabei war aber nur in der ersten und dann äh keine ahnung was war dann was ist das ja guck mal was Alter hä sind das Ambusse nö da stehen Ambusse oder was ist das keine ahnung wo du bist im dschungel im dschungel im dschungel was ist das hä ich habe keine ahnung 4 4 äh ein unbenannter gegenstand habe ich gefunden der ist unnamed wenn man ihn mit der spielzeit abbaut achso ok ah interessant ich nehme mich einfach mal mit oder ja wächst abonormale kakao wächst interessant ja liebe Zuschauer du hast mal gesagt dass es mir Spaß macht mit dem Thema die aufzunehmen weil die ganze Zeit sind die österreichische Schweden ja österreichisch heiße österreichisch obwohl ich österreicher bin waaat deswegen ist es so witzig jetzt möchte ich endlich mal ein Bett bauen und jetzt habt ihr so eine ganze Zeit immer ja ich farme ja der Floo Terraform das hast du den ganzen Tag gemacht was ich ähm ich hab den ganzen Tag tu ich farme ja ich hab Erde geklatscht ich hab Erde geklatscht ich hab Erde geklatscht ich hole mich mal sozial und hole mich mal sozial und hole mich mal volle ok ja und wir haben und die gute Nachricht an die Zuschauer wir haben Griefer gefunden oder den Griefer oder der gegriefte der gegriefte das wären dann wir naja okay oh hallo oh hallo 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 ich bin Mr. Unbenannt ok ich hab keinen Namen denn warum nicht warum nicht oh ich hab ein Achievement bekommen oh schweine Schubser nö boah das ist geil ah ich bin reingefall so ist dann zu mies war ich grab mich nach unten so in der Treppe und ich fall genau in den Mien schafft und werde von Case Byers ermordet ja ja ah ich hab den Warburwood Baum gefunden oder die hey das sind Warburwood Baum es ich möchte mit einem Genuator machen wieviel möchtest ich hab ein 3x3er Baum und ein 2x2er Baum ich bin kurz gemütet und ich hab mit meiner Waffe grad abgebaut super oh ich wünsch mich jetzt so ein Grundstück oder ist das Warburwood ja Warburwood ja warburwood aber kennst du dich wo ich sie ihn ich wüsste wo ich sie ihn haben hallo so reisig oh Skelly ich mag Skelly Skelly so komm jetzt in der Treppe im Baum wo sind jetzt hier Schafe hättest du Nick hättest du mit einem Stack genug wie bitte? ein Stack ich hoffe das reicht oh weil aus den Bäumen bekomme ich locker 3-4 Stacks was? ich darf hier auf eurem Korn-Fikum auf einmal ist das so eine Mauer cool die Mauer muss weg die Mauer muss weg weg mit der Mauer oh ja so geil was du bist geil Ludolf Ludolf der Nazi Demokratie Demokratie ist was anderes oh hier sind die Dolph wie die Schafe ihr habt glaube ich genug Wolle so hier nochmal vom ich hab gar keine Wolle Schafdolf warm ich so voll ein Schafdolf wie würde das bei Dominic klingen was? Dom Dolph Dominic Dolph aber Nick Dolph, Ludolf das passt alles perfekt und Luke Dolph was? das habe ich auch schon mal gesagt ja das war bei der Verarsche der Dings Verarsche Tipps weg habe ich auf eurem Korn-Trick 05 LTS und du bist dann DS-Verarsche gar nicht mit dem mit dem Musik-Account draufgegangen Flumenradio naja dann hätte ich ein Strike und? und immer du ja du auch warum ist ja nicht meiner Account ich bin nur der zweite ich bin nur der Assistent du bist trotzdem äh Mitglied ich bin einfach asozial und einmal für den Flo Dominic und für den Flo was für mich ihr habt jetzt wieder zwei Betten also einmal für den Flo und einmal für dich na scheiße er hat mir wirklich ein Bett gebaut wollte ich selbst machen der ist noch Herde soll ich euch Setzlinge mitbringen am besten da ja die Setzlinge braucht man ja um das Ding zu machen glaube ich au wie hoch geht es für ein 3x3er Baum bitte äh 5 ne ich bin oben sondern doch 10 hast 10 du hast gesagt wie hoch ist der 5 also und und jetzt kommen nicht so wie die die Lehrer in der Schule was 5 5 5 Äpfel 5 Bananen 5 5 Meter er bringt aber ich bin ich bin oben oder ja ihr habt die Spitze erreicht ne du bist unten du bist minus 5 die Miene anschauen was die Miene bitte die mal anschauen äh ja wirklich groß bitte ich setz nur noch den Stack da schnell fertig ja klar ich habe einen Apfel gekriegt von Waberwood die Miene gehen sag dich ja 10 Äpfel aber ich fahre mich nicht es ist unter deinem Grundstück was ja und das dreiste ist er hat auch mein Telt zerstört mein kleines ein ja ich ich bin kurz gemütet der der Flo hat wieder seine Mutter im Zimmer ja manchmal auch nö ich habe Ruhe ich habe das Kind immer beim Render Programm da einen Cut zu machen wo ich das Mikrofon mute das ist ja kacke ok immer so ein Störsignal ein Waberwoods Setzling ich habe eine wie viel brauchen wir ich brauchen warte 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 ich brauche insgesamt sechs Stück ich bin wo ist das meine zettel achten scheiße aber wir sollten wirklich versteckte kisten machen das ist eine blühe erlieben mein bürger die lüte da alle der fläche ich habe das jetzt das sind jetzt heran wer hat mich daran geschrieben wo willst du dann das projekt falsch geschrieben egal willst du dann bildet sie aufnehmen ich bin im kartoff ich gerade und immer viel da hat er braucht er nicht da ich seid ihr noch so in 20 10 minuten da ja ich muss gut gehen ich bin jetzt für eine halbe stunde da dominik ja ich wünsche mir schon mal viel spaß beim schneiden das war schon der dritte rein platz wieso sind dreimal dreier aber gut träume so hardcore habe gleich meine ganze spiel das passt jetzt doch ich habe gerade geschrieben zu stefan dass ich gerade offen und da sagt er okay dann halt nicht warum macht er nicht einfach keine ahnung was wenn ich mir teils voll mit war wo ich kann nicht mehr machen was 36 wo sie sind hier passiert ein creeper ja dann ist einiges passiert ich schaue mal da ganz kurz nach hinten wo kannst du mir ein bisschen kies besorgen da steht noch immer nur das keine ahnung wo ich kies gerade finde ich brauche unbedingt wieder kies für meine munition glaube ich kenne eine moment man ganz kurz ja sagt dann wenn du fertig bist also mit der folge moment wann ist die folge aus die ist schon aus ja und das will ein platzen die dieses aber wirklich aus die schon also fast 15 aber jetzt wieder sicher mitmachen bei der nächsten kommt dann nicht einfach rein ja keine ahnung ich halte einfach nimmst du auf zeig ich hätte mich reingeschoben ja ich meine ich hätte ja kein problem damit also wenn wir schon aufnehmen dann ziehe ich uns kurz in aufnahme rein so probleme mit dem holz weil links rechts überall holz weil der baum so gigantisch ist ok er ist schon da ok wir sind jetzt noch in der folge weil sie scheiß egal weil ich mach sowieso ich karte das ok